Eine erzählte zu Hause, dass ihre Mutter ab und zu hat sich in der Strand geschmissen einen Tag und dann ist sie nicht in die Stadt gefahren und dann ist sie nicht in die Stadt gefahren und da war ein Geheimnis zwischen den beiden. Die Mutter ab und zu den anderen Geschmissen weitergehen.